Willkommen am Zwergencampus. Ich bin Anita und auf meinem Kanal findest du Videos zum Thema Deutsch lernen. Heute geht es um ein bestimmtes Wort, nämlich das Verb nehmen. Manche Verben haben sehr viele verschiedene Vorsilben. Deshalb möchte ich dir zeigen, welche die wichtigsten Präfixe für das Verb nehmen sind. Wenn dir meine Videos gefallen, abonniere gern meinen Kanal und klicke auf die Glocke, damit du immer informiert wirst, wenn ein neues Video erscheint. Zurück zum eigentlichen Thema. Es geht um das Verb nehmen und wir wollen jetzt mal schauen, wie vielseitig wir dieses Wort einsetzen können. Auf geht's! Hier habe ich eine kurze Übersicht über die verschiedenen Kombinationen. Da haben wir abnehmen, annehmen, aufnehmen, benehmen, einnehmen, festnehmen, freinehmen, hinnehmen, krummnehmen, malnehmen, schwernehmen und teilnehmen. So, aber jetzt nochmal in aller Ruhe. Wir starten mit dem Wort abnehmen. Abnehmen bedeutet Gewicht zu reduzieren. Häufig versuchen Leute durch andere Ernährung und Sport abzunehmen. Das Abnehmen muss aber nicht immer gewollt sein. Es kann auch durch Stress oder eine Krankheit passieren. Abnehmen bedeutet einfach, Gewicht zu verlieren. Ob dies gewollt oder ungewollt ist, spielt dabei keine Rolle. Das Gegenteil von Abnehmen ist zunehmen. Dabei erhöht sich das Gewicht. Man kann aber auch das Telefon bzw. den Telefonhörer abnehmen. Bei älteren Telefonen wurde das Hochheben des Hörers als Abnehmen bezeichnet. Und man kann auch einer Person eine Aufgabe oder einen Gegenstand abnehmen. Zum Beispiel kann man jemandem einen Koffer abnehmen. Dann nimmt man den Koffer selber und trägt ihn für die andere Person. Ein Beispiel hierfür ist, Frank möchte durch Sport und gesunde Ernährung 10 Kilogramm abnehmen. Das zweite Wort ist annehmen. Man kann verschiedene Dinge annehmen. Ein Beispiel ist ein Paket. Hierbei kann man ein Paket für sich selbst annehmen oder vielleicht für einen Nachbarn. Genauso kann man einen Tipp oder einen Ratschlag annehmen. Dann berücksichtigt man das, was der andere gesagt hat. Ein Beispiel für das Wort annehmen ist, Frau Müller nimmt Pakete für ihre Nachbarin an. Nun kommen wir zum Wort aufnehmen. Das Wort aufnehmen hat mehrere Bedeutungen. Man kann zum Beispiel ein Lied oder ein Video aufnehmen. Allerdings kann man auch einen Kredit bei einer Bank aufnehmen. Wenn man sich Geld von einer Bank leiht, nimmt man einen Kredit auf. Und die letzte Bedeutung ist, dass man etwas vom Boden aufnehmen kann. Wenn man den Boden fegt, die Krümel dann auf einem Haufen liegen und man sie zum Müll transportieren möchte, wird diese Tätigkeit als Aufnehmen bezeichnet. Also man hat einen Handfeger und eine Schaufel und fegt die Krümel zusammen auf die Schaufel. Und diese Schaufel wird manchmal auch als Aufnehmer bezeichnet. Ein Beispiel für das Wort aufnehmen ist, Ben nimmt gerade ein neues Hörbuch auf. Das nächste Wort ist Benehmen. Als Benehmen wird das Verhalten eines Menschen bezeichnet. Man kann sich gut benehmen oder schlecht. Beim Benehmen geht es um Höflichkeit und eben allgemein um das Verhalten, zum Beispiel beim Essen. Es gibt ein Buch, in dem die Verhaltensregeln aufgeschrieben wurden. Dieses Buch wird oft angepasst und, naja, manchmal ist es ein bisschen veraltet, aber sie versuchen es immer aktuell zu halten. Dieses Buch hat den Namen Knigge. Ein Beispielsatz für das Wort Benehmen ist, Lars benimmt sich beim Essen immer sehr gut. Wort Nummer fünf ist Einnehmen. Einnehmen hat sehr viele Bedeutungen. Man kann es zum Beispiel für Geld verwenden. Also man kann Geld einnehmen. Jemand arbeitet zum Beispiel in einem Laden und hat an einem Tag eine bestimmte Menge an Geld eingenommen. Dann kann man das Wort Einnehmen auch verwenden, um zu beschreiben, dass man etwas gegessen hat. Dann würde man sagen, dass man das Frühstück eingenommen hat. Das gleiche gilt auch für Getränke. Die nächste Bedeutung wird für Medikamente verwendet. Die Dame hat ihre Tabletten bereits eingenommen. Und die nächste Bedeutung handelt von Sitzmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel einen Platz im Theater einnehmen. Und die allerletzte Bedeutung bezieht sich auf Kriegsgebiete. Also man kann zum Beispiel sagen, dass Truppen eine Stadt eingenommen haben. Also jetzt noch mal zu einem Beispiel für unser Wort einnehmen. Das nächste Wort ist Festnehmen. Ein Polizist kann zum Beispiel einen Dieb festnehmen. Dann stoppt er die Person, legt ihr eventuell sogar Handschellen an und bringt sie ins Gefängnis. Der Dieb wurde festgenommen. Und ein Beispielsatz ist, der Verbrecher wurde von einem Polizisten festgenommen. Das Wort Nummer sieben ist Freinehmen. Freinehmen bedeutet einen oder mehrere Tage nicht zu arbeiten. Es kann sich dabei um einen Urlaub handeln oder darum, Überstunden abzubauen. Es geht eigentlich nur darum, dass man nicht bei der Arbeit ist. Und unser Beispielsatz ist in diesem Fall, Maries Eltern haben sich heute freigenommen, um mit ihr in den zuzugehen. Nun kommen wir zum Wort hinnehmen. Etwas hinzunehmen bedeutet hauptsächlich etwas zu akzeptieren und ohne groß darauf zu reagieren. Man kann zum Beispiel das Verhalten eines Menschen hinnehmen, auch wenn man es nicht gut findet. Man sagt einfach nichts und akzeptiert es. Umgangssprachlich wird hinnehmen auch für das Mitbringen verwendet. Also man kann zum Beispiel sagen, kann ich meinen Sohn mit hinnehmen. Das ist aber sehr, sehr umgangssprachlich und das ist nicht die schönste Ausdrucksweise. Also unser Beispielsatz für das Wort hinnehmen ist, Paula nimmt den Lärm der Baustelle hin, denn das Haus wird bald fertig sein. Nun kommen wir zum nächsten Beispiel und das ist krumm nehmen. Etwas krumm zu nehmen heißt, dass ich es nicht gut finde und sauer darüber bin. Man kann einem Menschen etwas krumm nehmen, das er getan oder nicht getan hat. Eine Person ärgert sich über eine andere. Ein Beispiel ist, ich nehme dir krumm, dass du mich mit der ganzen Arbeit allein gelassen hast. Also dann ärgere ich mich darüber, dass die andere Person vielleicht einfach früh Feierabend gemacht hat und nach Hause gegangen ist. Nun kommen wir zu dem Wort mal nehmen. Wenn ich etwas mal nehme, multipliziere ich es. Kinder lernen das mal nehmen in der Schule. Es bedeutet vervielfachen oder eben multiplizieren. Unser Beispielsatz hierfür ist, mit dem Taschenrechner ist das mal nehmen viel einfacher. So, das vorletzte Wort ist auch nicht ganz so einfach zu verstehen, nämlich schwer nehmen. Wenn man etwas schwer nimmt, beschäftigt man sich viel damit. Es ist für einen ein wichtiges Thema, auch wenn es vielleicht gar keine große Sache ist. Man kann auch sagen, man nimmt sich etwas sehr zu Herzen. Unser Beispiel hierfür ist, Otto sollte es nicht so schwer nehmen, dass er keinen Hund haben darf. Und das letzte Wort ist teilnehmen. Teilnehmen bedeutet, ein Teil von etwas zu sein. Man kann an einem Fußballspiel teilnehmen oder an einer Veranstaltung. Ein ähnliches Wort ist Anteilnehmen. Und Anteilnehmen wird häufig bei Beerdigungen verwendet. Man sagt dann, ich nehme Anteil an der Trauer eines anderen Menschen. So, unser Beispielsatz für Teilnehmen ist, Leon möchte ab heute am Fußballtraining teilnehmen. Jetzt schauen wir uns noch einmal alle unsere Sätze an. Also, wir hatten abnehmen. Frank möchte durch Sport und gesunde Ernährung 10 Kilogramm abnehmen. Annehmen. Frau Müller nimmt Pakete für ihre Nachbarin an. Aufnehmen. Ben nimmt gerade ein neues Hörbuch auf. Benehmen. Lars benimmt sich beim Essen immer sehr gut. Einnehmen. Lars nimmt jeden Monat 5000 Euro ein. Festnehmen. 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 Der Verbrecher wurde von einem Polizisten festgenommen. Freinehmen. Maries Eltern haben sich heute freigenommen, um mit ihr in den Zoo zu gehen. Hinnehmen. Paula nimmt den Lärm der Baustelle hin, denn das Haus wird bald fertig sein. Krumm nehmen. Krumm nehmen. Ich nehme dir krumm, dass du mich mit der ganzen Arbeit allein gelassen hast. Mal nehmen. Mit dem Taschenrechner ist das Mal nehmen viel einfacher. Schwer nehmen. Otto sollte es nicht so schwer nehmen, dass er keinen Hund haben darf. Teilnehmen. Leon möchte ab heute am Fußballtraining teilnehmen. Das war's für heute. Das waren die zwölf wichtigsten Vorsilben zu dem Verb nehmen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn das so ist, klicke gern auf den Like-Button und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann! Bis dann!